Spanien und Rumänien 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 Zurückgeköpft. Das ist Ende der ersten Halbzeit. 0 zu 0 hier im Stadion. Die Trainer hatten vier der Zeit in der Pause und nun sind die Spieler wieder auf dem Feld zur zweiten Halbzeit. Da hat er den Mann. Ilie, Petresti und Dianu. Und der alte Walde-Sorbers-Leistung. Na, ich denke, jetzt ist er ausgewacht, Foschi. Und direkt zurückgeköpft. Den Resten. Und Dianu, da berührt ein Ball nur mit den Fingerspitzen und verhindert so ein Tor. Im Moment steht die Verteidigung ganz schön unter Druck. Oh, Petsten. Petresten. Er hält. Da kommt er gerade noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Schönes Parade. Bislang kam da noch nichts an ihm vorbei. Und ein toller Schuss in die obere Ecke vom Tor. Und solche Treffer, die kann man nicht verhindern. Schauen wir uns das noch mal genauer an. Der Spielstand nun 1 zu 0. Guardiola. Gute Ballkontrolle. In den 16. Ja, er hält. Er scheint heute in guter Form zu sein. Schöne Parade. Ja, prima Ballkontrolle. Auch unter Druck. Bleibt die Abwehr ganz ruhig. Zurück geköpft. Letzter Barriak. Ballverlust. Toller Zweikampf. Raul. Peski. Drei Minuten, die hier wegen Verletzungen hinzugefügt werden müssen. Und Dianu. Dem Torhüter direkt in die Arme. Und der Wetterball vom Torhüter. So, der Schiedsrichter pfeift in die Spiel ab. Und die beiden Mannschaften trennt zum Schluss. Nur ein geschossenes Tor.